Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 18. Oktober 2024 und damit den Oktoberverfall sei auch mit erwähnt. Wir haben zum Donnerstag EZB-Tag gehabt und die Bullen haben sich hier durchaus mal wieder blicken lassen, auch wenn sie da so gerade noch so übers Wasser gucken können. Wenn sie so richtig rausgekommen sind, die auch nicht wie sie wollten, er hätte vielleicht in der Analyse nicht von 650, sondern von mehr reden sollen, dann hätte er sich die Mühe auch gegeben, noch mehr zu holen. So ist er an der 650 gescheitert, hat aber eigentlich auch ganz gut auf das gepasst, was man in unseren Updates dann geschrieben hat, auch auf das, was wir in der Analyse ja hier besprochen hatten. Wir hatten ja gesagt, wenn er da über die 500 geht, kann er ohne Probleme in die 650 reinschieben, egal was bei der EZB da rauskommt. Das hat er getan, hat von dort schon anreagiert, dabei muss man jetzt sagen, es ist wieder ein Hoch, was nach unten zuckt. Also ganz gesund im Sinne einer Aufwärtstrendfortsetzung ist das nicht. Das ist jetzt nicht unbedingt das übelste Short-Signal, ja, aber gesund ist das nicht. Also wenn er da noch länger mit rumfuchtet, irgendwann entlädt sich sowas auch mal nach unten. Damit es sich nach unten entlädt, müsst ihr hier diese ganzen Stundenkerzen mal unterbieten. Also ich würde schon sagen, das von 10 Uhr an, da drunter, wo liegen wir da, da sind wir irgendwo im Bereich von 550, 530, ja, irgendwie so in dem Dreh, geht er da drunter. Am Freitag jetzt, wir haben ja Verfallstag, könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht auch wieder so einen von diesen schwächeren Verfallstagen kriegen. Sind ja gerne, gerne auch mal in den schwachen Quartalen angesiedelt, auch wenn wir ja jetzt langsam wieder in die Starken reinkommen, aber trotzdem würde das hier noch ganz gut reinpassen. Also sollte es sich am Freitag unterhalb von 550, 530 bewegen, hätte durch das Potenzial dann wieder ein bisschen nach unten durchzublubbern. 480 natürlich primärer Anlaufpunkt von oben jetzt, aber interessant wird es ja erst dann, wenn eine 400 fällt, ja. Ich gehe mal davon aus, wenn die 400 fallen würde, das wäre ja dann ein größeres Umkehrsignal, zuckt er auch bloß erstmal wieder nach oben, aber er würde sich dann vielleicht ein SKS bauen hier auf der Ebene, ja, also es wäre schon mal ein Anfang, es wäre ein Anfang für eine Umkehr. Damit er das aber einleiten kann oder muss, er müsste auch erstmal die 1955, 1935 nach unten auflösen zum Freitag. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, solange die nicht nach unten auflöst, wäre ich eher vorsichtig, wenn da wieder grüne Kerzen kommen, weil er wisst, wie es ist, wir sind noch im Aufwärtstrend und auch wenn es vielen immer nicht gefällt, setzt sich so ein Ding halt gerne auch einfach mal viel, viel, viel weiter fort, als man das glaubt und geht länger und weiter, als man es überhaupt geahnt hätte. Er heißt auf gut Deutsch, wenn der hier nach unten seine Chancen auslässt und aus so einem schönen Rückzug hier von einem neuen Hoch und Abverkauf des Neues Hoch, wenn er das jetzt nicht nach unten rauszieht, einfach wieder nach oben umklappt, naja, dann geht es halt auf ein Neues Hoch. Das heißt im Umkehrschluss, naja, wenn wir über 600 oder kann man hier vielleicht 6,30 sagen, ja, wenn wir über 6,30, 600 gehen, spricht überhaupt nichts gegen, so wie wir gestern gesagt haben, die 6,50 anzulaufen, spricht überhaupt nichts gegen, hier jetzt schon einen Schritt weiter zu machen, könnte man vielleicht die obere Linie mit in den Mund nehmen, hier die 7,80, ja, 7,30, 7,80, das wäre zum Freitag dann definitiv erreichbar, wenn er sich oben rausdrückt, über 600 raussteigt, würde ich nicht shorten. Auch wenn es jetzt hier so ein bisschen aussieht oder Potenzial hat, auch mit SKS und so weiter, über 600 würde ich nicht shorten. Also wenn, dann muss er versuchen jetzt hier das nach Frontal rauszunehmen, ja, dass er einfach die 5,50, 5,30 nach unten bedient und dann den nächsten Baustein über, das wird auch nochmal CER, das ist halt immer kacke, ja, wenn er mag, sich versucht umzudrehen, das dauert halt immer ein bisschen, ja, es ist ein bisschen schwerfällig und er braucht auch eine gute Basis, um umzudrehen. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen ja oft gesehen, wie es aussieht, wenn es dann nicht klappt, ja, also wenn er das dumm macht und wenn er sich nicht genug Mühe bei der Umkehr gibt, dann drehen sie es ihm eh wieder nach oben raus, ja, und dann von daher soll er sich ruhig die Zeit nehmen, aber ich würde sie ihm auch geben oder abfordern und dann auch nicht zu früh, zu aggressiv auf der Short-Seite gehen, weil dann sind eher die Punkte auf der Long-Seite noch zu holen. Ja, wenn er da über 600 rausdrückt, dann, ja, dann wird halt nochmal in die 37 reingehandelt oder auf 7,80, 800 vielleicht, 8,95, das sind alles noch so Ziele, die da oben kommen können, ja, und, ähm, darüber hört die Welt auch nicht auf, ja, also wenn er die nach oben durchrennt, dann holen wir neue Ziele her und dann geht es oben weiter, von daher, wenn er Signale nach unten gibt, ruhig probieren, abgrenzen, Stablos setzen, ja, und entweder Max spielt es an und man nimmt was raus oder, ähm, dreht sich um und man probiert dann doch wieder auf der Long-Seite sein, seine Punkte zu holen, so wandlungsfähig sollte man hier sein, ähm, die Basis hier irgendwie mittelfristig, großflächig jetzt hier rumzuballern, glaube ich, ist nicht da, würde ich auch nicht machen, wir haben US-Wahl vor der Brust, also da jetzt noch irgendwelche großen Trades ansetzen, die man jetzt mehrere Monate halten möchte, das würde ich nicht empfehlen, ja, also, ähm, US-Wahl, das ist in fast zwei Wochen, ja, also es ist drei Wochen, es ist, das ist einfach nochmal ein Riesenevent, ja, wo hohe Volatität aufsetzen kann, wo auch die Produkte, die man jetzt wahrscheinlich kauft, eh nicht mehr handelbar sind, das sieht man ja auch oft, ja, also, ähm, hat man ganz häufig, dass so US-Wahl gerade was Optionsscheinen und so angeht, die, die Emittenten schon sehr einfallsreich darin werden, dass die, die ganzen Privatanleger eben nichts dran verdienen, ja, das kennen wir aus den letzten US-Wahlen noch zu gut, ich erinnere mich auch an einen Optionsschein, den ich da vor zwei, drei Wahlen mal gehandelt habe, äh, der, äh, mit einem 2, 2 Euro Spread, ha, 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 200 Punkte, das müsst ihr euch überlegen, ja, 2 Euro Spread ist der Reingang, 200 Punkte Spread, äh, haben sie mir abverlangt, um, ähm, da was mitzunehmen und dann bin ich unten, ist der Markt 600 Punkte nach unten gegappt und statt den 400 Punkten, die mir dann auch geblieben wären, haben sie einfach unten keine Kurse gestellt, so lange, bis der Markt viel so weit hoch zurück war, das ist für mich, dass ich überhaupt nicht gelohnt hatte, die ganze Nummer, aber seitdem handelt ich das Quatsch auch nicht mehr, ich hab das auch bloß noch in der Empfehlung hier, weil die Leute immer wieder fragen und drängeln und schimpfen, wenn ich es nicht mache, ja, aber, ja, Freunde, das steht definitiv noch vor der Brust hier, die nächsten 2 Euro und von daher sollte man sich gut überlegen, was man hier jetzt noch macht, ja, und wie lange man sowas halten will und in welche Richtung und von daher tut es, denke ich, gar nicht mal so weh, wenn man sich hier einfach von Tag zu Tag ein bisschen ernährt, immer ein paar Punkte ansammelt, dann vor der US-Wahl sich einfach ein bisschen flachstellt, dass man keinen Schaden erleiden kann, ja, und dann geht es danach einfach wieder weiter. Freunde, in dem Sinne, ich wünsche euch einen erfolgreichen Freitag, schon mal schönes Wochenende und dann hören wir uns bestimmt am Sonntag wieder für die Amnese zum Montag. Bis dann, tschüss!